Herzlich Willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast auf Schweiz-Tournee, mit Christoph Strasser und Florian Kraschitzer. Du hast mich mit der Eröffnung wieder einmal draus gebracht, ich habe mir das echt überlegt. Wer wir zwei sind, das nächste Mal mit Namensschilder. Ob ich noch erwähnen muss, dass man über Langstreckenradfahren, Ultracycling reden oder ob das die Leute eh schon wissen? Ja, wir sind jedenfalls ein sehr männerlastiger Podcast. Wir wollten jetzt die einmalige Chance nutzen, weil jetzt das Aufnahmegerät gerade in der Schweiz ist, die Nicole Reist einzuladen zu uns. Die hat uns leider an den Korb verpasst, sie hat keine Zeit, sie ist im Training fürs Ram. Die Nicole Reist ist im Training fürs Ram, man hat jetzt im Rennradmagazin eine echt lesenswerte Reportage über sie gelesen und da versteht man das auch, sie ist richtig berufstätig, also sie macht einige Stunden mehr, damit sie dann für die Rennen die nötigen Tage frei kriegt. Und steht meines Erachtens mitten in der Nacht auf, um vor der Arbeit Stunden zu trainieren, nach der Arbeit ein paar Stunden zu trainieren. Geht früh schlafen und hat einfach jetzt keine Zeit gehabt, um mit uns ein oder zwei Stunden zu plaudern. Ist absolut verständlich. Priorität, Ram fahren oder über das Ram reden. Ist klar, wir hoffen, dass wir das irgendwann einmal nachholen können. Was wir aber jetzt geschafft haben, wir haben einen anderen Schweizer, super Gast, an Land gezogen. Zweifacher Ram-Sieger, schlechtestes Ultra-Cycling-Ergebnis, ein vierter Platz, der unglaubliche Dani Wyss. Und an dieser Stelle auch nochmal danke an den Pierre, der mit uns die erste Episode aufgenommen hat aus Deutschland, auf Heimatbesuch dann in die Schweiz gereist ist, zu seinem aktuellen Wohnsitz, das Aufnahmegerät mitgenommen hat, nach der letzten Episode dem Dani persönlich in die Hand druckt hat. Und deswegen haben wir heute die Möglichkeit, mit dem Dani Wyss zu reden. Herzlich willkommen, Dani Wyss. Grüezi in die Schweiz. Hallo Dani, wie geht's? Hallo Christoph, danke, es geht sehr gut. Ich hoffe, euch auch gut. Ja, man tut, was man kann. Danke, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Und wir freuen uns auf ein super angenehmes Gespräch aus, ich würde fast sagen, aus einer anderen Generation. Ja, es sind schon ein paar Jahre her, ja. Absolut, also für mich war das ja auch die... Ich habe gerade reingeschnuppert in den Sport, wie du irgendwie schon am Zenit warst. Und ich habe da sehr weit aufgeschaut zu dir und zum Wolfgang Fasching und zum Jure Robic. Und ich werde dann auch noch ein Foto herzeigen, wir sind ja einmal schon gemeinsam am Podest gestanden, wenn du dich erinnerst, im Jahr 2007 beim 24-Stunden-Rennen in Schötz. Das war so das erste Mal, glaube ich, wo wir uns wirklich persönlich gesehen haben. Und von ihm ich dachte, hey, Wahnsinn. Dani Wyss, Ramp-Sieger damals schon und ich stehe da direkt auf Platz 2. Ja, schon länger her, ja, 2007. Schon bald wieder vergessen. Kannst du dich noch erinnern, wie viele Kilometer du da gefahren bist bei diesem Rundstreckenrennen? Ja, knapp 980 Kilometer, 975. Dort irgendwo waren wir, ja. Ich habe nochmal nachgeschaut, es waren 978 und das ist meines Wissens noch auch die beste Leistung in 24-Stunden-Rennen, wo zwei Windschatten gefahren wird. Und für mich war es damals auch ein bisschen wie so ein Meilenstein, ich habe 950 Kilometer gehabt. Und ja, das war eine coole Zeit. Aber vielleicht gehen wir nochmal zurück zu dir, also zu deinem Werdegang. Das ist immer so die Frage vom Flo, der da immer recht gern nachbohrt. Ja, also ich habe es vorher, das war überhaupt nicht despektierlich gemeint, aber es ist einfach, der Sport hat sich so extrem weiterentwickelt. Und wenn ich sage, andere Generation, dann meine ich einfach alte Schule. Und das war einfach, der Ultrasport vor 20 Jahren hat einfach ganz anders ausgeschaut, wie er jetzt ausschaut. Wie bist du zum Sport gekommen? Was hat dich daran so fasziniert und was waren so deine ersten Rennen oder Berührungspunkte mit dem Sport? Ja, bei mir war es eigentlich so, dass ich einen ganz normalen Werdegang gemacht habe als Radsfahrer. Ich habe als Schüler meine ersten Radrennen bestritten, habe dann Anfänger, Junior, Amateur und Elite-Amateur. Zum Profi hat es nie gereicht. Und 1995 habe ich dann aufgehört als Elite-Amateur. Und dann habe ich 1, 2, 3 Jahre eigentlich nicht mehr so viel gemacht. Familie gegründet, Kinder bekommen, also die Frau, nicht ich. Und dann irgendwann hat mein Bruder etwas erzählt von einem 24-Stunden-Rennen, eben das 24-Stunden-Rennen Schötz. Und vom Radmarathon Bern-Bodensee-Bern. Und da bin ich dann hellhörig geworden und habe mich dann auch informiert. Da habe ich gesehen, 620 Kilometer, Bern-Bodensee-Bern. Und habe mir mal das Teilnehmerfeld angesehen und habe gesehen, dass dort auch ein gewisser Schweizer Name, habe ich vergessen, am Start ist. Und der wollte dort die RAM-Qualifikation fahren. Und so habe ich mich dann spontan auch angemeldet, weil mein Bruder es auch fahren wollte. Und ich habe gedacht, was mein Bruder kann, kann ich ja auch. Und so stand ich, das war 2000, 2001, glaube ich, stand ich da am Start. Und es ging sehr, sehr gut. Er kam, sah und siegte. Hat einen grossen Vorsprung. Und so hat es dann bei mir das innere Feuer ein bisschen geweckt. Rund zwei Monate später stand ich dann an der Startlinie beim 24-Stunden-Rennen Schötz. Und wollte dort das auch gewinnen. Habe dann ein bisschen Pech gehabt. Bin dann Zweiter geworden. Und so habe ich mich dann eigentlich weiter. Jedes Jahr ein bisschen länger, ein bisschen mehr. Ja, bis zum RAM. Wann hast du das erste Mal, also du hast gesagt, Bern-Bodensee-Bern, das war der erste Berührungspunkt. Du hast das erste Mal davon gehört, dass man sich für ein RAM qualifizieren kann, dass es das Rennen gibt. Aber wann hast du das erste Mal ernsthaft gedacht, da kann ich mitfahren, da möchte ich gerne mitfahren? Ja, das war im Frühjahr 2005. Da war ich in der Toskana im Trainingslager. Und da stand auf einmal am Abend Andrea Klavadetscher vor der Tür, vor dem Hotel. Und da sind wir ein Jahr vorher schon mal zweimal gegeneinander gefahren. Und da hat er mir gesagt, Dani, du hast das Potenzial, auch das RAM zu fahren, eventuell auch zu gewinnen. Und dann im Frühjahr in der Toskana stand der Klavi da und hat mich dann nochmals bearbeitet. Und da hat er mir dann auch ganz klar gesagt, Dani, los, wenn du nur einmal ans RAM gehst oder gehen kannst vielleicht, dann schau, dass du ein gutes Team hast. Und vielleicht ein Team, das auch Erfahrung hat, dann geht es noch ein bisschen einfacher. Und da habe ich ihn spontan gefragt, kommst du mit? Dann hat er mir gesagt, Dani, ich weiss nicht, ob ich der Richtige bin, aber ich kenne da jemanden, der passen würde und mein Teamchef, Christian Hoppe. Ja, und so hat es dann ergeben, dass wir uns getroffen haben. Und dann musste natürlich zuerst das Finanzielle geklärt werden. Und das Team war dann eigentlich gar kein Problem mehr. Ich konnte das ganze Team von Klavi übernehmen. Und so haben wir uns dann im Februar oder März 2006 entschieden, ans RAM zu fahren. Und zum Andrea Klavetetscher, ich bin ja auch ein bisschen Freak, wenn es um Statistiken geht. Und vielleicht kennen ihn auch nicht viele von denen, die uns jetzt zuhören. Andrea Klavetetscher ist viermal das RAM gefahren selbst und hat es einmal dann auch gewonnen. Das heißt, er ist da einfach so ein Experte und später ist er dann auch als Coach sehr aktiv und tätig worden. Hat einige Radlfahrer betreut und gecoacht. Aber er, glaube ich, ist einfach wirklich einer, der selbst weiß, worum es geht. Ja, ganz klar. Ich meine, viermal selber das RAM gefahren, hat selber seine Erfahrungen gemacht und eigentlich immer mit dem Grundteam, dasselbe Grundteam dabei gehabt. Also riesengroße Erfahrung halt. Aber bevor es zum RAM gegangen ist, hast du auch mehrmals ein Rennen absolviert, das, glaube ich, alle gefahren sind. Alle, mit denen wir bis jetzt geredet haben. Der David Nisch, der Philipp Keider, der Flo, selbst, ich selbst, alle waren einmal bei dem Rennen dabei. Beim Glocknermann. Unser absolutes Lieblingsrennen da in dem Podcast. Das ist wie die Geburtsstunde für alle Ultraradlfahrer. Ja, Glocknermann. Ja, ist ein super Rennen, sehr gut organisiert. Und auch von der Strecke her natürlich fantastisch. Auch mit den Bergen und so. Und ja, in Österreich gibt es ja keine flachen Berge, gleich wie hier in der Schweiz. Nur habe ich das Gefühl, dass in Österreich die Berge noch ein bisschen steiler sind. Wie oft warst du beim Glocknermann dabei? Zweimal? Dreimal? Ich glaube, ich war dreimal am Start. Dreimal, ja. Und viele andere Platzierungen als Platz 1 hat es nicht gegeben, oder? Nein, ich habe jedes Mal gewonnen, ja. Und ich weiß nämlich noch, wie ich beim Glocknermann gewonnen habe, 2007. Da habe ich, glaube ich, deinen Streckenrekord um vier Minuten oder so sogar verbessert. Und ich war aber mit Marco Barlow sehr lange gemeinsam unterwegs. Erst die letzten 100 Kilometer haben wir dann quasi uns getrennt. Aber das war für mich auch so ein erster Schritt, weil ich dachte, Wahnsinn, Daniel Wüst Streckenrekord heute und ich bin da gleichwertig unterwegs. Das war für mich so ein kleiner, ja, so ein kleiner Ritterschlag irgendwie. Startschuss. Ja, genau. Aber du bist ja dann 2006 das erste Mal beim RAM gestartet. Und bevor wir jetzt reden, wie es gelaufen ist, ich habe, glaube ich, irgendwo einmal gelesen, war es in einem Bericht oder in einem Video oder in einem Interview von dir, stimmt es, dass du 2006 mit einem Stahlrahmen unterwegs warst? Ich bin am richtig bewusst gewählten, älteren Radlrahmen. Nein, das war 2009. Okay, 2009 sogar. 2009, ja. 2006, 2007, bei meinen ersten beiden Rams, bin ich mit einem normalen Carbonrad gefahren. Ja. Erst 2009 sind wir dann das erste Mal mit einem Stahlrahmen unterwegs gewesen. Zu Zeiten von Fausto Coppi, Ferdig-Hübler und so. Ein gleiches Modell. Und das war die bewusste Entscheidung wegen Komfort oder wegen der Vibrationen. Ja, genau. Einfach auch der größere Radabstand und so. Das war ein richtiger Cruiser war das. Schön gemütlich zum Fahren. Eine Harley. Harley, richtig, ja. Du bist 2006, jetzt können wir es ja ansprechen, dein erstes Ram gefahren. Wie hast du dich qualifiziert dafür? In welchen Rennen hast du die Quali geschafft? Und war das zu dem Zeitpunkt, du hast gesagt, im Trainingslager im Frühjahr ist der Entschluss gefallen, dann ist es eine relativ kurze Zeit bis zum Start. Wie hast du die Monate da organisatorisch verbracht? Also, qualifiziert habe ich mich, ich bin eigentlich nie ein richtiges Qualifikationsrennen gefahren. Ich bin 2005 noch das XX-Alp gefahren und sonst noch zwei oder drei andere Rennen und anhand von den Resultaten haben sie mich einfach starten lassen. Ja, da war ja sicher auch mit Klava, Dätscher, Andrea und die, die haben dann hintenrum auch noch das für mich gesprochen, dass ich da starten kann. Aber eine richtige Qualifikation bin ich nie gefahren. Und ja, im Februar, März sind wir dann das erste Team-Meeting. Da war Klavi, Hoppe und sonst noch ein Kollege von mir. Wir waren zu viert. Und dann haben sie mich gefragt, Anni, hast du ein Team? Dann habe ich gesagt, nein, Hans-Peter und sonst eigentlich niemand. Und dann haben sie während fünf, zehn Minuten telefoniert und zehn Minuten, Viertelstunde später stand das Team. Einfach die Leute haben sich wirklich ganz spontan, eigentlich so kurze Zeit vor dem Start, vier Monate vor dem Start haben sie sich, war das Team beisammen. Also ganz, ganz kurzfristig alles zusammen, ja. Und vom Organisatorischen her, ich muss einfach nur schauen, dass ich das Geld zusammenbringe und der Rest haben sie mir alles übernommen. Muss ich gar nichts machen. Zur Qualifikation möchte ich noch etwas ergänzen. Es war ja zu deiner Zeit wesentlich schwieriger, die Quali zu schaffen. Da waren die Kriterien viel, viel schwerer. Und es hat sich jetzt in den letzten Jahren ja so etabliert, es gibt immer mehr Ultraradrennen und mittlerweile gilt fast jedes Rennen als Quali, wenn man in der Karenzzeit durchkommt. Und zu deiner Zeit, das war, wie ich angefangen habe, da hat es viel weniger Qualifikationsrennen gegeben und da war das Limit echt hoch. Also da war es wirklich sehr selektiv. Und du hast gezielt ein Rennen dir aussuchen müssen, da hat es nur drei oder vier in Europa gegeben, wo die Quali möglich war. Und das nicht nur in der finnischer Zeit schaffen, sondern ihn wesentlich schneller als die finnischer Zeit. Und nachdem du ja auch das XX Alps gewonnen hast, das ist ja ein Rennen über, ich glaube, 50 Alpenpässe und 2500 Kilometer. Also so ähnlich wie das Race Around Austria, nur noch mehr Höhenmeter. Ich glaube, da ist die Qualifikation mehr als fällig. Auch wenn das nicht als Quali-Rennen gelistet war, weil es damals noch so wenig Quali-Rennen gegeben hat. Ja, ja, richtig. Eben, Bernbodensee wäre ja auch Qualifikationsrennen gewesen und man konnte ja das als Solo-Starter machen oder im großen Haufen starten. Aber bei mir war es ja eigentlich immer so, dass ich die Rennen gleich wie der Glockner-Mann von der Sobot an war ich dann immer alleine unterwegs. Dann habe ich sie eigentlich auch immer im Einzelzeitfahren Rhythmus gefahren. Wie war das für dich mit deinem Beruf? Weil du hast ja auch schon, glaube ich, seit jeher den gleichen Job wie jetzt, oder? Sprich, du all das in einem Betrieb, wo es Drei-Schicht-Betrieb gibt, wo du teilweise in die Nachtschicht gehen musst, wo du, wenn ich das richtig verfolgt habe, teilweise Urlaub genommen hast vor dem Ram einige Wochen, damit du wirklich durchgehend trainieren kannst. Ja, eigentlich habe ich immer 100% gearbeitet. Und eben dadurch, dass ich als Schicht arbeite, habe ich dann halt immer einen halben Tag Zeit gehabt zum Trainieren. Und ja, der Schlaf ist dann manchmal ein bisschen zu Kurs gekommen, aber von dem her gesehen war das eigentlich okay so. Und ja, ich musste halt Urlaub nehmen, Urlaub oder unbezahlter Urlaub, sodass ich mich dann auch vorbereiten konnte für die Wettkämpfe. Du hast dann innerhalb kürzester Zeit das Budget aufgestellt. Jetzt verdient man in der Schweiz relativ gut, aber die Lebenserhaltungskosten sind natürlich auch dementsprechend hoch. Wie schwer oder wie leicht ist es dir gefallen, dieses Budget, vor allem in so kurzer Zeit, aufzutreiben, was wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger ist, als wenn man das länger planen kann? Ja, also ich habe dann 2005, wusste ich, dass ich 2006 ans REM gehen will. Und in dem Jahr lief es ja wirklich super für mich. Beim Blochner gab es ja damals noch 2000 Euro Preisgeld. Beim Ratta gab es auch 2000 Euro Preisgeld. Und so konnte ich eigentlich mit dem Preisgeld meine Spesen alles decken. und konnte so das Sponsoring-Geld, das ich da hatte, eigentlich schon alles auf die Seite legen für das nächste Jahr. Und darf ich ganz kurz dazwischenhaken, weil mir fällt eine Geschichte ein zum Glockner-Man-Preisgeld. Bei mir war das so, ich bin ja dann unterwegs gewesen auf Streckenrekordkurs und ich habe auch gewusst, es gibt Preisgeld. Und auf der Homepage ist gestanden, es gibt für einen Streckenrekord zusätzlich 2000 Euro Preisgeld. Und da war ich so motiviert und ich glaube, das hat mitgeholfen, dass ich es dann um vier Minuten geschafft habe. Und dann im Ziel habe ich gefragt, wie es jetzt ausschaut. Da haben sie gesagt, nein, da gibt es keine Extra-Prämie. Das haben sie von der Homepage gelöscht gestern. Das ist eine Falsch-Info. Aber ja, das war nicht noch in dieser Zeit, dass es uns wirklich noch Preisgeld gegeben hat. Aber ich glaube, für dich, du kommst aus der Schweiz mit ein paar Leuten. Du hast für den ersten Platz quasi, dass du halt gerade die Ausgaben abdeckst. Und für mich als Einheimischen ist dann halt ein, zwei Partys übergeblieben an Taschengeld. Jetzt hat er die perfekte Vorlage für die beste Geschichte eigentlich. Und jetzt erzählt er es nicht. Jetzt muss ich ihn da ein bisschen hinbringen an den Straßen. Was hast du denn dann gemacht mit dem Preisgeld nach der Party? Ja, wir sind fuhrgegangen mit dem Geld und ich habe den Heimweg nicht mehr geschafft und habe dann irgendwo auf einer Parkbank übernachtet. Mit dem restlichen Preis gerade im Hosensack? Ja, genau. Und am nächsten Tag bin ich dann heimgegangen und habe mir gedacht, zum Glück ist mein ganzes Geld noch in der Hosentasche. Ah, so wild war es. Oder warst du so müde vom Weihkampf? Da waren wir noch jung, da ist das noch gegangen. Ja, ja, das ist so. Ja, definitiv. Nein, bei mir war es ja klar. Ich meine, die Weihkämpfe mit dem Team und so, das hat auch immer wieder viel Geld gekostet. Das muss ich dir ja nicht sagen. Das ist eigentlich ein teures Hobby, das wir da haben. Wie ist denn generell der Stellenwert vom Ultraradsport in der Schweiz? Hat sich das vielleicht geändert jetzt über die Jahre oder wie war das damals? Weil das ist sicher etwas, wo wir in Österreich eine, ich sage jetzt einmal, eine recht gute Ausgangsposition haben. Es ist ein Sport, der sehr bekannt ist. Es gibt ein paar Athleten, die recht bekannt sind und das ist natürlich bei der Sponsorensuche auch etwas einfacher wahrscheinlich, als wenn man wo ist, wo der Sport unbekannt ist oder einen sehr geringen Stellenwert hat. Nein, Fakt ist, der Stellenwert hat der Ultraradsport hier in der Schweiz eigentlich keiner. Das ist nur eine kleine Anekdote. 2013, glaube ich, bei meinem Lesen, REM, vorgängig, hat mir Schorsch Kern, dazu mal der Big Boss von IWC, von meinem Hautsponsor, hat er mir ganz klar gesagt, Danielas, du bist ein ganz feiner Kerl, du bist mir sympathisch, ich mag dich, darum machen wir das. Weil werbetechnisch bringt uns das nichts. Das war eigentlich gut will, alles gut will. Und meine Fernsehpräsenz haben wir hier in der Schweiz keine. Und das weisst du ja selber auch, wenn du irgendwo Medien hast, hinten dran, mit Fernseher oder so, Werbemöglichkeit, dann ist das lukrativ oder interessant, aber so, ja, das ist halt mal so, das ist unser Schicksal hier in der Schweiz. Ja, und Social Media, Facebook und Instagram hat es damals noch nicht gegeben, zu der Zeit, weil das ist jetzt natürlich eine Möglichkeit, wo man sich selbst irgendwie mehr Aufmerksamkeit schaffen kann, wenn es nicht über die grossen Medien geht, zum Beispiel. Ja, sicher, aber ich bin eigentlich nicht der Typ dazu. Ich sitze lieber auf dem Rad als vor dem Computer. Jetzt muss man ganz kurz für unsere jüngeren Zuhörerinnen ganz kurz sagen, dein erstes RAM 2006, das iPhone gibt es erst seit 2007. Also, du hättest auch gar nicht die Möglichkeit gehabt, grosse Social Media Präsenz aufzubauen. Ja, das ist so, ja. 2006, ein Rookie RAM mit einer erfahrenen Crew. Seid ihr damals schon mehr oder weniger auf der jetzt aktuellen Strecke gefahren, von Annapolis noch umgekehrt, von Oceanside noch Annapolis, oder war das noch ein Jahr mit irgendwelchen Ausreisern? Nein, ich meine, die ersten beiden Rams 2006, 2007 sind wir in Oceanside gestartet und in Atlantic City war da noch das Ziel. Atlantic City, ja. Ich glaube, da waren die Strecken sehr ähnlich, oder aber quasi nur das Finish war dann weiter an der Küste, ein bisschen ein Stück weit im Norden, aber so durch das Monument Valley, durch Kansas, durch die Appalachen war es sehr, sehr ähnlich. Das war, glaube ich, alles dasselbe, was ich nicht bekommen habe damals. Jetzt sind wir endlich mittendrin, erzählen wir euch von deinem ersten RAM. Wie geht es da einem Rookie? Wie ist es dir ergangen? Was waren so für dich die grossen Herausforderungen? Ja, bei meinem ersten RAM habe auch ich massiv Lehrgeld bezahlt, obwohl eine sehr erfahrene Clou. Ich glaube, das macht jeder Radfahrer oder jeder Ultraceitler bezahlt dort Lehrgeld. Der Start durch die Wüste war sehr, sehr heiss. Für mich total unbekannt, weil meine Vorbereitung habe ich vorne in Oceanside abgehalten bei 17, 18, 19 Grad. Und nach zwei Stunden Radfahren bist du dann schon bald einmal bei 30 Grad und in der Wüste dann über 40 Grad halt. Und so hat es sich ergeben, dass ich bis zu meiner ersten Pause oder Schlafpause Montazuma-Krieg, glaube ich, war das da. In der zweiten Nacht konnte ich schon fast nicht mehr laufen, weil es mir meine Füsse schlichtweg verbrannt hat durch die Wüste. Dann war das Team gefordert, mit grösseren Radschuhen zu organisieren. Und normalerweise habe ich Größe 41 und ab da bin ich mit Größe 44 gefahren, dass ich noch ein bisschen Platz habe in den Schuhen. Und schlussendlich haben wir dann sogar vorne aufgeschnitten, dass ich noch ein bisschen frische Luft bekomme. Ich muss da kurz was dazu sagen. Wir haben ja vor ein paar Episoden mit dem Robert Müller geredet. Und der Robert hat erzählt, er hat sich unseren Podcast angehört und hat sehr viel gelernt. Alles, was der Flo und ich besprochen haben, hat er sich irgendwie notiert und hat das versucht umzusetzen. Und das war da jetzt ganz gleich. Ich erinnere mich, ich bin bei meinem ersten RAM, habe ich bei Specialized gesagt, ich brauche bitte Schuhe. Normalerweise habe ich 45 und ich habe dann bestellt 45, 46, 47 und 48er Schuhgröße, weil ich die Geschichte von dir gekannt habe. Und ich habe dann auch alte Schuhe, vorher schon vorbereitete, vorne aufgeschnitten worden. Das war dann wie Sandalen. Eben, weil ich das einfach bei dir gelesen habe. Und lustigerweise habe ich dann gemerkt, dass das Problem mit den brennenden Füßen, weil es von unten her so heiß ist, das ist bei mir zum Beispiel gar nie so aufgetreten. Ich habe auch andere Baustellen gehabt bei meinem Körper, aber das ist halt sehr individuell. Ja, sicher. Das ist so. Meine brennenden Füße, da gibt es mittlerweile so viele Sachen, dass man da machen kann. Ich bin dann zum Beispiel meine letzten beiden RAMs, 0,9 und 2013, bin ich Mittelfuss gefahren. Hatte ich überhaupt keine Probleme mehr. Auch von der Hitze her war das okay, kein Problem. Du hast gesagt, erste Schlafpause, Montezuma Creek, das ist heutzutage jetzt undenkbar oder unvorstellbar. Das war ja die alte Schule, der Straps und ich haben das schon ein paar Mal angesprochen. Früher war einfach so, diese Vorstellung, so lang wie nur irgend möglich am Radl sitzen und erst dann die Schlafpause. Frühere Powernaps sind als Zeichen der Schwäche angesehen worden. oder hat man da noch nicht das Wissen gehabt? Wie habt ihr euch da entschieden, so spät zu schlafen? Ja, spät. Das war ja erst in der zweiten Nacht. Das war eigentlich schon früh. Nein, das haben wir so miteinander besprochen. Klavier hat das so gemacht und habe ich das halt auch so gemacht. Und von dem her gesehen war das auch nicht so ein Problem. Bei mir war es ja so, da ich gewohnt bin, in der Nacht zu arbeiten, von den Schichten her, hatte ich auch keine Probleme in der Nacht zum Radfahren. Ich habe, wenn ich dann gehört habe, dass gewisse Radfahrer in der ersten Nacht schon mit Sekundenschlaf haben, Probleme haben, das war bei mir nie der Fall. Da konnte ich also, mein längstes Mixingshalb 2005 bin ich 63 Stunden durchgefahren, ohne eine Schlafpause. Absolut ohne Schlaf? Ohne Schlafpause, ja, 63 Stunden. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Kann man denn anders sagen? Also ich habe vorhin gerade so in Gedanken aufgezeigt, in der ersten Nacht schon Sekundenschlaf, das kommt mir bekannt vor. Also ich kann es dann schon wieder überwinden und es geht schon weiter, aber es ist schon sehr hart in der ersten Nacht. Eben, ich kenne das nicht. Ich kenne das nicht. Da hatte ich nie Probleme. Die erste Nacht ging eigentlich immer reibungslos. Habt ihr eigentlich Erwartungen gehabt vor dem Start? Also so eine Zielsetzung? Hast du gesagt, du fährst so gut wie es geht oder du fährst einfach auf Finish, oder hast du, nachdem du XX Alps gewonnen hast, Clockerman gewonnen hast, schon gewusst, dass du realistische Chancen hast, recht weit vorne zu sein? Obwohl, das war ja auch die Zeit, wo der Juri Rappic gerade extrem am Zenit war. Der hat ja dort ziemlich dominiert. Der hat da schon zwei Siege in der Tasche gehabt. War wieder der große Favorit. War sozusagen der Seriensieger und der mehr oder weniger unschlagbare Sportler in der Zeit? Ja, das stimmt. Mein Ziel war ganz klar, ich wollte gewinnen. Und da habe ich eigentlich auch bei Interviews oder so habe ich immer gesagt, ich bin hier und ich will das Ram gewinnen. Auch. Das war mir eigentlich egal. Ich war ja das erste Mal da, aber ich hatte die Sicherheit hinten im Team. Ich wusste, die Begleitcrew, die ist geprieft, die wissen, was sie machen und ich muss ja nur Rad fahren. Der Straps hat gesagt, es hat zu der Zeit relativ wenig Ultra-Rennen in Europa gegeben. Bist du vor dem Ram schon mal auf dem Juri Rappic getroffen? Es hat sich schon mal gegeneinander gefahren oder war das das erste Zusammentreffen? 2006 war das erste Zusammentreffen, ja. Das war das erste Mal, ja. Und wie hast du das mitkriegt? Der Juri ist ja dann nicht durchgekommen. Er ist am Wolf Creek Pass oder irgendwo in den Rocky Mountains dann ausgeschieden mit einer Problematik, die ich selbst auch gut kenne, nämlich mit Lungenödem oder einfach Lungenproblemen. Hat dich das beschäftigt oder hast du das über Bitt bekommen oder ist dir das gar nicht gesagt worden oder bist du dann einfach dein Rhythmus weitergefahren? Weil ich muss sagen, ich bin auch sehr wettkampfmäßig eingestellt und mich beschäftigt das schon, was die Konkurrenz macht. Also mich motiviert das oder auch stresst das, wenn die anderen ja zu weit vorne sind oder mir im Nacken sitzen. Ja, doch ich habe es mitbekommen, was mit Juri geschehen ist. Wobei, ich muss ehrlich sagen, ich war damals mit mir selber sehr beschäftigt über die Rockies. Weil, wie du ja sagst, du hast ja deine Erfahrungen auch gemacht, habe ich meine Erfahrungen selber auch gemacht. für mich war es komisch, weil kurz vor den Rockies ist mein Teamarzt das erste Mal im Base-Gar gesessen. Und ich weiss noch, in der Abfahrt vom Wolfskriegsbass, ich weiss nicht mehr, wie das Dorf heisst oder die Stadt heisst, die erste Stadt nach dem Wolfskrieg, musste ich an einer Ampel warten und ich habe in der Abfahrt einen Camelback gehabt, habe mich immer wieder flüssig ernährt und bei der Ampel, wie ich dort stand, bekam ich auf einmal Atemprobleme. Und da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, wie mir einer die Lungen zusammendrückt und ich konnte nur noch sehr oberflächlich atmen und dann habe ich das auch gemeldet im Base-Gar und dann sind natürlich beim Arzt die Alarmblocken gegangen. Da haben sie mir massiv das Trinken reduziert und dann haben sie mich voll über die Rockies rübergepusht. Also das war wirklich ein echter Kampf. Bis Ausgangs-Rockies und da habe ich dann eine kurze Powernap machen können, aber das war Horror. Ich hatte wirklich Panikattacken, weil ich zu wenig Luft bekam. Und bei mir war es genau gleich, ich hatte auch ein leichtes Lungenödem, konnte es trotzdem ein bisschen durchziehen, aber ich hatte auch die Kieferhöhlen und Stirnhöhlen alles voll mit Schleim und so. Ja, es war sehr, sehr unangenehm und ich hatte auch mit Ängsten zu kämpfen. Das war, die Phase war nicht schön, wirklich nicht schön. aber ich habe mich da voll auf mein Team oder auf meinen Arzt verlassen und die hatten das eigentlich recht gut unter Kontrolle. Jetzt möchte ich kurz was ansprechen, weil wir das ein paar Mal schon erwähnt haben, weil wir das einfach so fasziniert. Wir reden jetzt einfach von 2006, keine Smartphones, kein Internet im Auto, unglaublich schlechter Handyempfang, wenn überhaupt Satellitentelefone, wo eine Minute 100 Dollar kostet zum Anrufen. Wie war das unterwegs, vor allem, wenn es da so medizinische, wenn das PSG weiter weg ist oder wenn das Wohnmobil weiter weg ist, wie hat da die Kommunikation funktioniert? Also meine Kommunikation zum Basecar war ja über Funk. Wir hatten dort, damals hatten wir schon dann die Funkverbindung zueinander. Wir konnten, ich war eigentlich immer online mit ihnen. Ich habe alles gehört, was im Basecar von sich ging. Und so war ich eigentlich nie alleine. Und ich habe auch da Musik hören können und so, das funktioniert alles sehr, sehr gut. Und das andere, darüber habe ich mir eigentlich gar keine Gedanken gemacht. Ich wusste ja hinten, der Arzt ist da, notfalls kann er eingreifen oder er hat mir auch ganz klar gesagt, Dani, probier es durchzuziehen, solange es geht. Bei einem medizinischen Notfall hat er mich ins Auto genommen und dann werden wir halt auch so schnell wie möglich in einem Spital und dann wäre ja der Wettkampf eh fertig gewesen. Und so waren wir auch organisiert. Wir hatten einen Satellitentell und hatten wir. Aber eben, zur Not. Du beschreibst jetzt den Kampf mit dir selbst, gegen dich selbst. Wann im Rennen hast du das erste Mal das Gefühl gehabt, ich kann das gewinnen, ich bin auf Siegkurs oder ich bin sehr gut unterwegs. Wann hast du dir das erste Mal das vor deinem inneren Auge gesehen oder vorgestellt, dass es ganz gut laufen könnte? Boah, es ist schon lange her. Aber in den Appalacien war ich dann vorne weg und dort hatte ich glaube ich drei, vier Stunden Vorsprung auf Pia Solo, Fabio, den Italiener. Und jetzt habe ich es. Nein, sicher war ich mir ja eigentlich nie, weil beim Rennen kann auf den letzten 100 Kilometern noch so viel passieren. Sicher bist du erst, wenn du über der Ziellinie bist. Aber wenn du als Schweizer, der im Wallis wohnt, in den Bergen unterwegs bist, wird nicht mehr viel anbrennen normalerweise. Ja, aber eben, mein blöder Sturz, Sekundenschlaf, wie wir es schon gesprochen haben, oder ein Auto von hinten rammt dich, dann ist alles vorbei. Also wirklich, ein Ziel ist man erst, wenn man über der Ziellinie ist. Und was damals noch nicht da gewesen ist und was es mittlerweile schon öfters gegeben hat, du warst der Erste, der als Rookie das Rennen gewonnen hat. Also du warst wirklich der Erste Rookie, der abgesehen jetzt von den Pionieren in den 80er Jahren, ich meine, beim ersten Rennen muss einer gewinnen, der das erste Mal mitmacht, logischerweise. Aber das hat es dann eigentlich jahrzehntelang nicht gegeben, dass jemand bei der ersten Teilnahme gewinnt und du hast den Band gebrochen. Das war 2006 wirklich deine ganz große Leistung. Ja, so haben sie mir es gesagt, dass ich der Erste Rookie bin. Das ist so. Ja, war sicher schön. Aber eben, noch einmal, ohne ein gut funktionierendes Team, funktioniert das auch nicht, geht das auch nicht. Aber das muss ich dir nicht sagen, das weisst du mittlerweile zur Genüge. Ja, das wissen wir alle und das betonen wir auch recht oft und ich glaube, das haben manche Leute, vielleicht können es nicht so ganz nachvollziehen, wenn man das einmal selbst erlebt hat, wie du auch gesagt hast, wenn man Angst hat am Radl, wenn man sich unsicher ist, wenn man Panik hat oder irgendwie einfach sich fürchtet vom Ausscheiden. Da ist einfach ein Doktor, dem man extrem gut vertraut, einfach wichtig. Vielleicht kann er gar nicht so extrem viel ausrichten, aber einfach, wenn er etwas zu dir sagt, wenn er zu dir sagt, alles in Ordnung, dann hast du einfach wieder ein gutes Gefühl. Es ist ja psychologisch so wichtig. Ja, sicher, ganz klar, das ist so. Nein, ich wusste ja, wenn es gefährlich wird, nimmt er mich vom Rad, das hat er auch meiner Familie versprochen und solange das nicht passiert, ist alles gut, kann man weiterfahren. Jetzt habe ich eine zweiteilige, eigentlich sind es zwei Fragen, aber ich stehe es jetzt in eine. Also jetzt 15, 16 Jahre nach dem Ram-Sieg, wie fühlt sich das an und wie hat es sich in dem Moment angefühlt? Was war so, als festgestanden ist, du bist der Ram-Sieger 2006, was ist dir da durch den Kopf gegangen und wie schaust du da jetzt zurück auf den Moment? Also rückblickend weiss ich, dass ich das Ram gefahren bin, dass ich das Ram auch zweimal gewonnen habe und es waren riesen Erfahrungen, auch vom Land her und so und es war eine superschöne, tolle Zeit. Wenn man es dochmals machen könnte, würde man es wahrscheinlich nochmals machen, aber ich habe jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt der Superhero bin. Vielleicht zu der Zeit hatte ich einfach die Gnade, dass ich ein gutes Team hatte und ich die Fähigkeiten hatte, dass ich vielleicht ein bisschen länger Rad fahren kann als die anderen und heute unvorstellbar, wie man das machen kann. Weil ich war ja an der Startlinie und wusste, es kommen knapp 5000 Kilometer auf mich zu und dafür, ich wusste ja, im Training habe ich dafür mindestens zwei Monate trainiert, dass ich 5000 Kilometer auf die Reihe bekam und hier wusste ich jetzt, ja, acht, neun Tagen sollte ich eigentlich im Ziel sein. Ja, das sind Dimensionen, die kann man sich eigentlich gar nicht groß vorstellen. Das muss man einfach machen. Dani, wir haben zu diesem Thema also irgendwie rückblickend und wie sich der Sport über die Jahre entwickelt hat, einen Ausschnitt gefunden und zwar ist das ein Interview von dir, das wir aus dem Film It's All About an Ultracycling Movie genommen haben. Der Film ist 2011 rausgekommen und da gibt es recht viel sehr interessante Interviews auch mit dir und das suchen wir uns jetzt an zum Thema wie hat sich der Sport in den letzten Jahren entwickelt. Im Moment oder so wie wir es im Moment betreiben ist das wirklich Spitzensport. Vor vier, fünf Jahren hat man sich beim Rennen wirklich noch einen WC-Stob erlauben können von 15 Minuten, Kleiderwechsel von 15 Minuten. Heute ist das wie Formel 1. Man hat dafür eigentlich nicht mehr gross Zeit, weil das geht vom Start an wie die Post Stab also Vollgas und wenn man zwischendurch noch eine Pause hier Pause da kommt man an mein Ziel. Das ist jetzt schon wieder zehn Jahre her und du hast gesagt der Sport hat sich so brutal entwickelt die Pausen hat man eigentlich für die Pause hat man keine Zeit mehr es ist wie Formel 1 man muss von Anfang an jede Minute ausnutzen was sagst du jetzt dazu jetzt hat sie noch mal weiter entwickelt wahrscheinlich Ja das ist so die ganze Szene hat sich weiter entwickelt wenn ich das sehe wie ihr mittlerweile zum Teil mit Zeitfahrmaschinen auch unterwegs seid und ich dazu mal noch mit meinem Stahlruss unterwegs war oder auch die ganzen Trainingsmethoden und so wenn ich sehe wie ihr jetzt heute trainiert ich bin einfach aufs Rad gesessen und bin Radfahren gegangen bin vielleicht 5, 6, 7, 8 Stunden unterwegs gewesen viel länger war ich nie unterwegs und das hat dann irgendwie gepasst Januar Februar habe ich angefangen auf der Strasse zu trainieren sobald das hier der Schnee ein bisschen weg war und im Juni beim Start beim Räumen hatte ich zwischen 11.000 und 12.000 Kilometer in den Beinen weil Winter hier Radfahren geht nicht von November bis Januar Februar kann ich hier nicht Radfahren und das ist eigentlich heute kann man sich das nicht mehr vorstellen Radfahren ist ein ganz Jahr Sport und ich würde mal heute auch behaupten in der heutigen Zeit würde ich mit meiner Methode auch keine Rennen mehr gewinnen weil der Fortschritt hat auch vor dem Ultras eigentlich keinen Halt gemacht und ja du bist ja das beste Beispiel du trainierst eigentlich seit 10-12 Jahren nach System und hast dich so weiter entwickelt und darum ist deine Dominanz auch so gross für dich ist ja Heimtrainer auch nicht unbedingt ein Wort testierst wo du zum Lachen anfängst oder du lachst jetzt gerade sehr sehr ironisch da gehe ich lieber ein Bier trinken weil ich kann mich noch erinnern der Jürgen Kruger unser Kameramann der auch diesen Film gemacht hat ich habe erzählt Jürgen wie war es du hast den Dani besucht wie geht es ihm ist er gut im Training und so und der Jürgen sagt ja du aber der Dani der trainiert nur wenn die Sonne scheint wenn es schier ist schlechtes Wetter der geht nicht draus trainieren und ich habe gesagt das ist ja unmöglich der ist ja fürs Ram in Vorbereitung und ich selbst bin bei jedem Wetter draußen gefahren und habe irgendwie mir gedacht das ist ja quasi schlecht vorbereitet aber du profitierst natürlich du gehst du machst anderes Training im Winter oder du wohnst in den Bergen du bist in den Bergen unterwegs aber Heimtrainer war nie so deins und bei Regen draußen fahren auch nicht nein bei Regen draußen fahren da hatte ich zu meiner Rennfahrkarriere genügen müssen bei Wind und Wetter sind wir Rennen gefahren also das wusste ich das kann ich das muss ich nicht mehr trainieren und ja im Winter bin ich dann auf den Langlaufskis oder Skitouren einfach Sport allgemein Fitness ein bisschen Krafttraining das war okay so ja es ist immer schwierig Sportler aus verschiedenen Generationen zu vergleichen aber nachdem du jetzt selbst das Fass aufgemacht hast wie würdest du jetzt selbst deine Zeit von 2006 einschätzen mit im Rückblick würdest du sagen also du bist da mit einer anderen Zielsetzung an den Start gegangen wir betonen das immer wichtig immer wieder wie wichtig Ziele sind wenn man mit dem Ziel an den Start geht zu gewinnen dann schaut man halt auf die anderen und wenn die anderen stehen bleiben und schlafen ist die Motivation weiterzufahren nicht so groß weil es nicht zwingend notwendig ist aber wenn du jetzt auf Zeit gefahren wärst was glaubst du wie viel Optimierungspotenzial hätte deine Zeit wie viel schneller hättest du sein können 2006 also ich würde mal sagen 2006 ist gar keine Referenz da war ich bei neun Tagen und elf Stunden glaube ich hatte ich damals und ich bin ja da mein Rennen gefahren ich hab mich ja da auch nicht nach den anderen orientiert wir wussten wenn wir unser Ding durchziehen können und vielleicht hatte ich ja dann auch ein bisschen Glück mit meinen Kontrahenten Jure musste ja aufgeben leider und es hat sich ja dann ergeben auch die Witterungsbedingungen und so und ich weiss nicht ob ich da schneller gefahren wäre fakt ist ich hab's ja dann bewiesen dass ich es noch schneller konnte später aber eben beim ersten Mal ja ich hatte ja meine Erfahrungen sammeln müssen und ich hab's ja dann selber gesehen wie es dann von Jahr zu Jahr eigentlich besser ging auch der Körper hat es besser verdaut und die Probleme sind dann auch kleiner geworden eigentlich mit den Jahren Du bist sogar im nächsten Jahr schneller gewesen du warst 2007 wieder dabei du warst Titelverteidiger aber du warst vor dem Start ja absolut schlecht beieinander du hast ja mit einer Krankheit gekämpft oder warst verkühlt und hast wieder ein sehr starkes Teilnehmerfeld gehabt der Juri Rabic war wieder am Start der Wolfgang Fasching war am Start der Gerhard Gulewitz war am Start und du warst quasi nicht fit und am Start Ja das war ich war zwei, drei Wochen bevor ich abgeflogen bin zwei Wochen vor dem Abflug nach Oceanside oder nach Los Angeles war ich noch in einem Test in Bad Ragaz und ich hatte Form ich war wirklich sehr gut beieinander und auf der Heimreise habe ich mich leicht verkühlt und das ist dann nachher wirklich von Tag zu Tag schlechter gekommen und bin dann rüber geflogen und wie drei oder vier Tage vor dem Start mein Teamarzt ankam hatte ich keine Stimme mehr hatte eine schwere Bronchitis und Stirn, Kieferhöhlen alles voll Eiter eigentlich als voll entzündet und da hat er mich vollgepumpt mit Antibiotika und ich weiss noch wie er im Teammeeting zum Team gesagt haben jetzt sind wir hier starten wir schauen wir mal wie weit wir kommen aber er rechnet nicht dass wir über die Rockes kommen in dem Zustand war ich damals ja er hat wirklich damit gerechnet oder auch das Team vorbereitet darauf dass sie mich wahrscheinlich spätestens in der Rockes vom Rad nehmen müssen ja da war ich also wirklich krank trotzdem hast du es durchzogen war es dem Ziel sechs Stunden schneller als 2006 und dann reicht es jetzt nur also wir haben das Ergebnis da vor uns liegen es ist zwar ein unfassbar knappes Rennen die ersten vier innerhalb von neun Stunden auf so einem langen Rennen also da sieht man die extreme Leistungsdichte bei dem Rennen 2007 und dann reicht es nur für den vierten Platz enttäuscht oder und dann im Anbetracht der Umstände zufrieden eigentlich eine Wahnsinnsleistung oder und mit der Ausgangssituation durch durchzukommen ja also mein Ars hat damals gesagt das war die grösste Leistung die er je gesehen hat bei dem Zustand am Start und ich meine wenn ich ich habe die letzten am letzten Tag konnte ich nicht einmal mehr schalten ich konnte weil meine Hände waren so kaputt ich hatte kein Gefühl mehr die Nerven waren tot äh ja ich war im Ziel war ich dann wirklich tot und von dem her gesehen ist die Leistung sicher hoch anzusehen äh ja aber ob es gesund war ist eine andere Sache ja ob das Ram überhaupt gesund ist aber das ist ja eine ganz andere Geschichte wir wir haben ja schon gesagt gesund muss man leben um ein Ram auszuhalten und wenn man gesund und fit ist dann haltet der Mensch das Ram aus du hast was anders erlebt als der Strapz der sagt eigentlich von Rennen zu Rennen werden die Probleme immer ein bisschen weniger verlagern sich ein bisschen fühlen sich weniger schlimm an du hast aber vom ersten aufs zweite Ram einen brutalen Abstieg erlebt oder also dir ist deutlich schlechter gegangen in jeder Rennphase als 2006 ja ganz klar ich meine spätestens oder in den Rockies hatte ich dann schon Probleme mit den Achillessehnen ich konnte ja nicht mehr laufen die Achillessehnen waren dicht geschwollen und äh beim Radfahren ging es einigermassen noch es hat einfach immer wie eine alte Stahltüre gerietst die man eigentlich mal ein bisschen ölen müsste aber der Ars hat gesagt passieren kann nicht viel solange du die Schmerzen aushältst weiterfahren und der Physio hat gesagt das Schlimmste was passieren kann die Achillessehne reisst aber beim Radfahren ist noch nie eine Achillessehne gerissen also weiterfahren das klingt immer so brutal wenn man als Außenstehender das so hört aber ich kann es ungefähr nachvollziehen das ist manchmal es ist einfach die Wahrheit es tut weh und man muss es aushalten und man kann weiterfahren es ist halt einfach man muss dazu bereit sein dass es ein paar Tage wehtut ja das ist so das ist definitiv so und das ist ja das machst du ja schon in der Vorbereitung das ist ja dann der mentale Aspekt wenn du dich darauf vorbereitest wenn du das Gefühl hast ein Ram einfach so zu fahren ohne Schmerzen dann wirst du bitterböse erwachen aber du musst dich damit einfach auch beschäftigen und es ist eine Einstellungssache ja und Schmerzen kann man verdrängen das geht eine gewisse Zeit lang auf jeden Fall ja sicher ja sicher wie war denn das dann für dich wenn du heimkommst vom Ram du hast das Ram zu Ende gefahren aber du hast sicher nicht das erreicht was du vielleicht erträumt hast wenn ich das jetzt auf mich ummünze bei mir ist es oft so wenn ich einen Erfolg habe wenn es super gut läuft dann komme ich heim und bin irgendwie zwar glücklich und zufrieden aber gleichzeitig ein bisschen antriebslos und man kommt dann in so eine Phase wo man ja so ein bisschen ziellos ist und irgendwie ich will nicht sagen in einer depressiven Phase für eine vorübergehende Zeit aber doch es ist irgendwie seltsam man ist jetzt nicht himmelhoch jaucht sind glücklich über Wochen hinweg aber wenn es bei mir schlecht läuft wenn ich zum Beispiel 2012 zurückdenke da bin ich Zweiter geworden da bin ich heimgekommen und war extrem motiviert weil ich gewusst habe ich habe was zum Ausbessern ich habe einen Auftrag wo ich was optimieren kann und ich war richtig motiviert wieder für das nächste Jahr hast du das auch so ähnlich erlebt ja ganz klar weil 2007 bei dem Ram wo ich Vierter wurde das war ja übrigens mein schlechtes Resultat als Ultra Cycler ein Vierter Platz das hat es vorher und nachher nie mehr gegeben bei mir und ich wusste ja wieso und warum das so weit gekommen ist ich war ja krank und habe mich dann aber kurzfristig entschieden noch das 24 Stunden Rennen von Schötz zu fahren fünf oder sechs Wochen später und das war ja dann wieder ein Erfolgserlebnis und von dem her gesehen konnte ich mich dann so eigentlich gut überbrücken aber nach dem 24 Stunden Rennen von Schötz war ich dann endgültig kaputt das habe ich dann wirklich mindestens ein halbes Jahr dreiviertel Jahr gebraucht bis ich mich richtig erholt habe wieder es hat gerade noch gereicht um den jungen Strasser zu schlagen da hat es noch gereicht ja heute würde es nicht mehr reichen war diese totale Erschöpfung war das der Grund warum du 2008 ausgelassen hast das RAM oder hat es da andere Gründe auch noch gegeben 2008 hatte ich auch nicht die Sponsoren dazu da hat es dann auch am Geld gelegen finanziell aber wir wussten dass wir 2009 nochmals gehen wollen da haben wir ja schon früh angefangen zu planen da hatten wir die Planung im Mai 2008 wussten wir schon dass wir nochmals gehen 2009 und da habe ich mir dann einfach gesagt alles was ich 2008 mache ist schon fürs 2009 fürs RAM 2009 und es war eigentlich kein gutes Jahr 2008 ich bin ja dann auch den Glockner gefahren nochmals und da hatten wir wirklich 37 Stunden Regen mein Hinterteil war danach wirklich kaputt konnte zwei Wochen oder zehn Tage fast nicht fahren und bin dann eigentlich von 0 auf 100 beim Rata gefahren ich war ja der einzigste damals gab es eine Kombination Rata da war Glockner und Race Across the Alps glaube ich innerhalb von drei Wochen zwei Wochen ja und ich war der einzigste Teilnehmer der beide Wettkämpfe fertig gefahren hat aber ich war jedes Mal nachher wieder tot weil der Körper sich noch nicht ganz erholt hatte und ich bin dann im Oktober an die Krokodiltrophe gefahren oder geflogen nach Australien und war 14 Tage vorher dort konnte mich ein bisschen akklimatisieren und die Krokodiltrophe hatte damals zehn Tage ging die zehn Etappen und da habe ich dann gemerkt mit der Wärme das Klima im Outback hat mir wirklich sehr gut getan und es ging von Tag zu Tag besser und da habe ich mich dann wieder gespürt und das war eigentlich die Krokodiltrophe 2008 war für mich der Startschuss zum Rennen ich denke der Straps schaut schon ganz nervös auf die Uhr die ganze Zeit das Rennen 2009 das verdient sie wirklich eine eigene Episode weil das war ein irres Rennen ein Wahnsinnsrennen der Straps hat mir ein ganzes Excel ausgedruckt mit unfassbaren Zahlen Daten Fakten und wenn du so lieb bist und noch ein bisschen bei uns bleibst dann wird man das gerne in einer eigenen Episode noch besprechen ja sicher passt kein Problem ich hoffe du hast noch Zeit Dani und ich kann noch eins vorweg nehmen RAM 2009 war glaube ich wirklich ein historisches Rennen was alles passiert ist hören wir in der nächsten Folge an l m m m m Untertitelung des ZDF, 2020